Guten Sonntagmorgen aus Frankfurt am Main. Das Bibelwort für den zweiten Advent heute ist etwas für die Zeiten, wenn man den Kopf hängen lässt im Advent und der Himmelwolken verhangen ist und man sich wünscht, dass er endlich aufreißt. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das kann man körperlich tun als kleine Übung im Advent. Den Kopf hängen lassen und dann Wirbel für Wirbel aufrichten und zum Himmel schauen und hoffentlich spüren, wie die Dehnung den Brustkorb weitet und etwas abfließt von den Schultern. Und dazu das Adventslied »O Heiland, reiß die Himmel auf«. »O Heiland, reiß die Himmel auf! Herab, herab vom Himmel lauf! Reiß ab vom Himmel Tontür, reiß ab vom Schloss und Riegel führ!« Einen gesegneten zweiten Advent und ein Herz nach Paris, wo Notre-Dame wieder eröffnet wird und dass der Himmel aufreißt in Syrien und in den anderen Gebieten, wo Krieg herrscht. Seid behütet und hier kommen Streifen von Morgenrot für euch.